Habe ich jetzt die Tür dort kaputt gemacht und deswegen war der nicht hier eingesperrt und deswegen hat er überlebt, ist das jetzt so? Ich glaube es mal. Okay. Na, ich denke es mir mal. Ich will mal dort rein, denn dort war die Aufzugsteuerung, wo der gerade war. Oder bin ich dort jetzt hergekommen? Ich bin mir ja unschlüssig, ne? Hm, ich werde es wohl sehen. Ja. Ja, ich glaube, da bin ich hergekommen. Dann ist hier die Aufzugsteuerung, die Dingens, die Kransteuerung. Geht die noch? Ne, da geht nichts mehr. Die Tür hier ist im Arsch. Okay, ne, ich habe den Weg aufgemacht, weil ich den Weg gehen will. Ja, mach schon auf. Ist auch klasse. Ich berühre den Griff hier und da hinten die ganze Mechanik löst aus und öffnet die Tür. Das sind echte Hightech-Türen. Telepathische Hightech-Türen. Wenn die Spüren, dass du durch willst, gehen dann auf. Ich habe gerade meine ganze Ausdauer verrannt. Ja, kriech doch hier durch. Statt so irgendwie einen Anfall zu kriegen. Oh, Ladezone, ihr wisst's. Ladezone vorbei. Wusch, wusch, wusch. Zeug? Irgendwas? Eine Pepsi? Oder eine Cola, um ganz konkurrenzfrei zu bleiben? Oder ein Dr. Pep? Irgendwas? Nee? Okay. Gut. Ah, Zeug. Krieg ich auch mal irgendwann jetzt eigentlich erzählt, warum ich wirklich hier bin? Oder warum ich noch lebe? Oder was das wird am Ende? Ach, ich habe keinen Plan. Okay, ich darf die Munition nicht aufheben. Ich habe anscheinend genug. Irgendjemand ist der Meinung, entscheiden zu können, wann ich genug Munition habe. Geh weg! So. Ja, wird schön warm. Okay. Ich habe Wärme gemacht. Das ist schön. Das finden wir alle sehr, sehr toll. Und da ist nochmal Wärme, aber genauso viel, wie ich schon habe. Hier ein Gegner dahinter. Huah! Nee, war keiner. Ach, war doch einer. Nur mit Abstand. Wo ist er? Ach, ist der oben irgendwo? Ist ja auch beschiss. Ich kann das nicht. Hey! Hallo! Ei, 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 ei. Geh mal ums Eck, wo der dich nicht trifft. Gut. Oh je, kriege ich den umgewürzt. Kriege ich den umgewichst. Bam, nochmal, bam, und nochmal. Nochmal, nochmal, nochmal. Oh Gott, Millimetersache. Boah. Ach, das ist mal die neue Waffe. Ist auch Zeit geworden. Ich speichere hier. Ich bin so gut wie tot. Ich muss um jeden Schritt genau nachdenken. Bitte, bitte, lad mich was auf. Was ist mit der hier? Die hat eigene Munition. Die verwendet nicht die Munition wie die anderen beiden Knarre. Seht ihr es? Die ist jetzt Taste Nummer 6. Wie angenommen war. Ich teste jetzt nicht, ob die schneller schießt oder so. Ich will die Munition noch nicht verschwenden. Wenn ich mal genug davon habe, kann ich das mal testen. Bitte eine Lampe, die Wärme spendet. Bitte, bitte, bitte. Nein, die funktioniert nicht so. Na gut. Retten wir mal den Penner. Was mit dir passiert, Mann? Ah, da unten arbeitet wer. Ganz fleißig? Ja, ganz fleißig, Mann. Okay. Hier ist die Tür, vor der er gestorben ist. Warum das? Der Boden ist grün. Ja, da wäre ich auch fast gestorben. Grün, gelb. Oh, gut, dass Sie rechtzeitig zurück sind. Ich habe alles vorbereitet. Überprüfen Sie es. Beeilen Sie sich. Der Kapitän ist wieder mit einem Problem hierher unterwegs. Wieder unlösbar. Immer wenn er kommt, tröste ich ihn. Wie ein Kind. Muss an seinem Alter liegen. Nun zu unseren Angelegenheiten, die wenigstens lösbar sind. Gehen Sie zur Plattform. Ich habe mich um die Stangen gekümmert. Wenn Sie dort sind, folgen weitere Anweisungen. Okay. Plattform. Stangen. Anweisungen. Hm? Ja, ja. Ja, renn schon. Penner. Geh auf. Geh tatsächlich auf. Zeug? Ne, warum auch? Plattform. Hier rein also. Das sieht nicht intelligent aus. Oi. Gut, jetzt über die Brücke und zur Hauptkonsole. Starten Sie die Prozessor zum Austausch der Garten-Vteile. Okay. Gut. Gehen Sie nun in die vierte Sektion. Was? Ah, okay. Äh. Ich bewege mich so schnell. Ich bin anscheinend ausgerannt. Glaube ich. Gibt es schon hier eine Leiter runter, oder? Wie? Nö. Was geht denn jetzt? Ich soll doch da unten. Da ist doch die vierte. Hä? Ach, der wäre es runtergegangen, oder wie? Ja, ihr Penner. Ja, ich bewege mich ja schon. Viel schneller kann ich nicht. Alter, man ist kein D-Zug. So. Da unten. Vierte Sektion. Ja, bin da. So, irgendwann hat er doch mal irgendwann noch fertig geladen. Okay, ich kann hier weiter über den Schutt. Sehe ich gerade. Okay. Ah, hier ist der Raum. Ich hoffe, das war jetzt nicht schlecht, dass ich die Dinger aufgeklappt habe. Ich springe da mal rüber. Hopp. So, es funktioniert. Ich komme hier lang. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh ja. Nein, nein, nein. Och, hopp, hopp. Oh, knapp. Hat schon Angst. Okay, darunter sieht eh kacke aus. Das will ich nicht. Hier oben lang, ja. Hier könnte wohl noch gerade so funktionieren. Hui, das war knapp. So, hier lang. Ja. Hier rüber, hier rüber springen. Oh Gott. Ach so, hier unten lang, oder? Das wäre ein Weg. Ich finde es... Oh Gott, was jetzt? Hm. Anscheinend habe ich es gut gemacht. Ich bin hinterher schon wieder. Juhu, rot. Ich habe immer noch mein... ...mein perfektes Gähnproblem. Tut mir leid. Warum fluktuiert die Wärme hier so extrem. Hm? So, ich bin mal wieder etwas vollgeladen. Das ist besser. Das ist besser. Hi! Hui. Oh, doch. Ich wollte schon gerade sagen, wie jetzt mit einem Schuss? Nee. Okay, vier Schuss. Aber ich habe nichts zum Nachladen. Deswegen kann ich nicht nachladen. Der hat doch dieselbe Waffe, oder? Jupp. Okay. Ja, mach's auch. Ja, du bist ein dummer Kotzknobbel. Ich habe es verstanden. Wo bist du? Einfach weggerannt. Du Saurund, du. Knopfli! Pflichti! Klopp. Na, wo bist du? Komm, 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 komm. Ach, ganz runtergegangen. Nein, da ist er. Das war genau dein Kopf. Mach nicht. Mach nicht, als wärst du tot, wenn du es noch nicht bist. Oh, oh. He, he. Das Schießen hier ist wirklich unglaublich zäh, irgendwie. Funktioniert überhaupt nicht schön, finde ich jetzt. So, ja, komm halt her. Wow, Überraschung, du bist da. Oh, oh, ich auch. Gut. Mal nachladen. Oder auch nicht, denn Wärme ist wichtiger. Wärme ist wichtiger! Ne, Wärme ist anscheinend nicht wichtiger. So, jetzt aber. Hattest du noch leckere Munition bei dir? Jupp. Gut. So, die Knarre ist dann auch noch voll. Zwei? Euch geht's zu gut. Jetzt geht's echt zu gut. Nur, dass der eine hier unten umpennert und nichts macht. Das finde ich ganz gut so. Hallo? Soll das eine Statue sein? Nein, 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 nein. Der ist echt. Oh Gott, der ist echt. Der ist echt, echt. Und er hat mich umgebracht. Was ist denn das für ein Wix? Fängt's jetzt noch mit Bugs an, wie Sau, oder wie? Ach, nö, Ladezone, Jupp. Na super, hier wirft's mich wieder raus. Na, toll. Okay, diesmal baller ich die gleich etwas ganz da oben als eben. Ja, lass mich hier vorbei. Hier. Nehme ich was an Wärme mit. Ja. So. Trin' ich's auf. Du bist da. Ich weiß es, ich weiß es. Hoho, Überraschung, oder? Vier Schuss und Tod. Sehr schön. Dein Knarre steht sogar so praktisch hier. Die nehmen mir so mit, wie sie ist. Dann lade ich nach. Dann mach ich hier auf.